Ich komme natürlich ein bisschen runter, das habe ich bei den Damen auch schon gemacht, mache ich bei dir natürlich auch. Ich glaube, vor ca. 5-6 Wochen wärst du auf jeden Fall schon der Beste im Schwimmbad gewesen, auf jeden Fall mit dem Körper. Heute bist du der Beste auf der Bühne gewesen. Physikklasse 1, hätten wir ganz kurz auf die Sprünge. Größe? 1,67 Meter. Das heißt, für euch geht das bis 1,75 Meter, richtig? Genau, richtig. Jawoll, hast du heute den Deutschen Meister Newcomer gewonnen? Richtig. Hättest du damit gerechnet? Nein. Aber trotzdem bist du richtig zufrieden, was? Ich habe alles gegeben und mich freut, auf jeden Fall. Hast du auch dementsprechend richtig Bock, gleich noch auf das Gesamtsiegerstechen? Ich werde alles geben. Und was glaubst du, was hast du das Gefühl? Weil ein bisschen kennst du ja deine Konkurrenten aus der Nebenklasse. Ja, ich werde alles geben und ich hoffe, es reicht. Dann wünschen wir dir viel Glück, haut doch richtig rein, nochmal raus da auf die Bühne und dann werden wir uns gleich gleich nochmal wiedersehen. Okay, danke dir.